Bidi bidi ba! Hallo meine lieben Freunde, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, U-Comic, zum Thema Raid Shadow Legends und heute geht es darum, Artefakte verkaufen und im speziellen Schmuckstücke, weil öfter werde ich mal gefragt, welche Artefakte, welche Schmuckstücke verkaufst du eigentlich bei Kanalmitgliedschaften? Da habe ich auch schon Artefakte verkauft, wo einer gesagt hat, sortier mal bitte aus, ich weiß jetzt nicht genau, was da rausgeschmissen werden kann. Auch das mache ich natürlich möglich, deswegen schauen wir uns heute mal an, wie ich vorgehe, wenn ich Schmuckstücke verkaufe. Ich muss natürlich dazu sagen, es geht jetzt darum, wie ich vorgehe, wenn ich Schmuckstücke verkaufe, das hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun, wie vielleicht andere vorgehen oder andere das machen, sondern ich mache das halt so, wie ich das denke, dass es gut ist. Vielleicht gibt es auch andere Denkweisen, aber das ist jetzt erstmal meine und die möchte ich euch natürlich zeigen, deswegen blende ich mich mal aus, damit ihr das auch alles dann lesen könnt. Zuerst mal ist es wichtig, dass man die Champions kennt. Kenne deine Champions, du solltest immer alle Champions, die du hast, kennen. Das heißt allerdings, nicht unbedingt alle, die man vielleicht wirklich hat im Vault, sondern alle, die man benutzen will, sollte man kennen. Welche brauchst du eigentlich? Welche willst du ausrüsten und welche sind vielleicht schon ausgerüstet und welches Equipment im Speziellen suchst du? Also welche Schmuckstücke, welche Artefakte gilt natürlich für Artefakte, genauso wie für Schmuckstücke und welche Ausrüstung würde uns da weiterhelfen? Welche Werte sollten da drauf sein? Was willst du pushen? Das muss man sich eigentlich immer, wenn man was farmt, bewusst sein, weil alles andere ist dann so, wenn man irgendwas hat, wo man denkt, vielleicht kriege ich mal einen Champion, für den das passt, aber es kommt nie so ein Champion, ist dann auch Quatsch. Dann könnte man das Silber natürlich an anderen Stellen besser gebrauchen, weil irgendwann wird es dann tatsächlich bestimmt mal noch so ein Artefakt geben, es sei denn, es ist jetzt wirklich das ultra, mega, super gute Artefakt, was man nicht wegschmeißen will, weil es einfach so tolle Werte hat. Aber dazu sollte man die Werte auch mal gesteigert haben, um zu wissen, ist denn das eigentlich geprockt, was ich wollte? Deswegen gucken wir uns jetzt mal Sachen an, wenn ich Artefakte habe. Am Anfang will ich zum Beispiel zwei bis drei Sterne Artefakte ja zwar haben und behalte die auch, weil dann nehme ich wirklich alles. Wenn ich am Anfang des Spiels bin, nehme ich erstmal alles, was ich habe. Ein Stern würde ich jetzt nicht empfehlen, aber zwei bis drei Sterne und das vielleicht nicht ganz so weit leveln, weil es wird definitiv noch Schmuckstücke geben, die dann vier, fünf oder sechs Sterne haben. Und die behalte ich dann auf jeden Fall erstmal, also man kann ja ganz gut vorankommen, aber wenn man jetzt nichts anderes hat, eher das mit den Mehrsternen vielleicht behalten, aber auch ein Zwei-Sterne-Genauigkeits-Banner, Zwei-Sterne-Angriffs-Banner oder LP-Banner kann natürlich am Anfang schon helfen. Von daher nicht wegschmeißen, aber vielleicht auch nicht unbedingt auf Level 16 bringen, das ist dann manchmal Silberverschwendung. Ansonsten im Mid-Game wollen wir natürlich so vier, fünf, sechs Sterne Artefakte haben, da können wir ruhig bis Level 16 gehen, würde aber eher fünf und sechs Sterne Artefakte auf Level 16 ziehen, obwohl ich damals am Anfang selber auch vier Sterne mit auf 16 gebracht habe. Im Late-Game suche ich natürlich alles, was perfekt ist, alles Tolle, was ich habe. Sechs Sterne sollten es auf jeden Fall sein. Natürlich nehme ich auch fünf Sterne, aber sechs Sterne ist auf jeden Fall das Non-Plus-Ultra für mich, wonach ich suche. So, Seltenheit und Rollen des Schmucks. Also man muss dazu sagen, für den einen oder anderen, der jetzt nichts mit dem Begriff Rollen anfangen kann, das heißt ja immer, wenn man den Schmuck verbessert, man hat immer ab Level 4, Level 8, Level 12 oder 16 die Möglichkeit, dass ein Unterwert verbessert wird. Diese Unterwerte nennt man Substats und diese Substats, die rollt man quasi. Auf einem Seltenen kann man nur zweimal verbessern, auf dem Epischen kann man 3 verbessern und auf einem Legendären kann man 4 verbessern von den Unterwerten. Man weiß aber nicht, was man bekommt, deswegen ist es, als würde man würfeln. Und diese Würfel rollen und deswegen hat man gesagt, wir rollen den Würfel und hoffen, dass der richtige Substat, der richtige Unterwert verbessert wird. Und das nennt man Rollen. Normalerweise denkt man ja, legendäre Artefakte sind das Tollste und das Beste, aber auch seltene Artefakte kann man natürlich behalten. Also es geht nicht unbedingt nur nach der Seltenheit, sondern es geht eher darum, welche Unterwerte gerollt werden. Und ob der gewünschte Unterwert ein-, zwei-, drei- oder viermal gerollt wird natürlich. Das heißt aber auch, dass ich eigentlich bei seltenen, bei epischen und bei legendären Artefakten versuche, auf jeden Fall zu gucken, wenn ich den Unterwert gefunden habe, den ich möchte, dass ich zweimal rolle, Level 4 und Level 8. Das heißt, ich steigere auf Level 4 und Level 8 und wenn es nicht auf den Unterwert rollt, dann lohnt es sich auch, ob es ein episches oder ein legendäres Artefakt ist, nicht unbedingt weiterzumachen. Weil, klar, wir können auch auf Level 12 gehen, wenn vielleicht einmal gerollt wurde und es hat geklappt und es ist ein episches oder legendäres Artefakt, dann können wir vielleicht sagen, okay, mach mal noch Level 12, aber eigentlich ist alles, was Level 8 bis Level 12, aber alles ist eigentlich, was über Level 8 ist, schon recht teuer, was das Silber angeht. Und genauso ist es, wenn ich es von Level 12 auf Level 16 mache, da können schon mal zwei Millionen Silber draufgehen. Also nur, um wirklich zu gucken, ob jetzt wirklich dieser Unterwert noch einmal gerollt wird, das ist es tatsächlich bei einem legendären Artefakt ein Silber nicht wert. Dann lieber verkaufen und bei den ersten zwei Rollen das draufbekommen und das nächste Mal ein gutes Artefakt bekommen, als dann einfach das ganze Silber verballert zu haben für irgendwas, wo wir nur drauf Glück, wo wir nur Glücksspiel betreiben und sagen, es könnte ja sein, dass es noch passiert. Ist natürlich was anderes, wie wenn es zweimal schon gerollt wurde und ich vielleicht denke, es könnte noch ein drittes Mal passieren. Dann ist das natürlich was anderes. Also bei seltenen Artefakten sollten auf jeden Fall die ersten beiden Unterwerte stimmen, weil wir sehen ja bei den seltenen Artefakten erstmal die ersten beiden Werte, welche Werte wir wollen. Dazu kommen wir dann gleich nochmal und wir versuchen auf jeden Fall diese beiden Werte mal zu rollen, um zu gucken, was nämlich gerollt wird. Ob zum Beispiel unsere Geschwindigkeit zweimal gerollt wird oder nur einmal und entscheiden dann, ob wir weitermachen oder nicht. So, das ist auch das, was ich gesagt habe, nie mehr als zwei- beziehungsweise dreimal rollen, wenn die Unterwerte nicht so verbessert werden, wie man es erwartet, weghauen und ein anderes suchen. Lieber verkaufen, Silber sparen, Silber einnehmen durch den Verkauf und nochmal ein bisschen Farm gehen, dadurch kriegt man auch Silber natürlich nochmal wieder und kann das dann für andere Artefakte machen, weil das, was wir brauchen im Spiel, ist auf jeden Fall Silber, um die richtigen, um die perfekten Artefakte zu verbessern. So, was suchen wir denn bei Ringen? Und da haben wir verschiedene Ringe. Da haben wir Defensivringe, Angriffsringe, LP-Ringe, Angriffsring. Ich möchte bei einem Angriffsring auf jeden Fall haben, einen Angriffsprozent als Unterwert. Also das heißt, wir haben den Hauptwert Angriff, Flat, Flat Stat. Es gibt keine prozentualen Werte bei einem Ring. Das heißt also, wir haben nur Angriff, Flat Stat, Defensiv Flat Stat oder LP Flat Stat. Aber wir haben trotzdem die prozentualen Werte in den Unterwerten bei den meisten. Das heißt also, wo gucke ich nach? Wir suchen sozusagen nach Angriff Prozent zusammen mit LP Prozent. Wenn ich ein seltenes Artefakt habe, dann suche ich auf jeden Fall eins, wo bei einem Ring, der Angriff hat, Angriff Prozent und LP Prozent mit drauf ist. Bei einem defensiven Primärwert suche ich nach Defensivprozent und LP Prozent, weil ein defensiver Champion wird mit einem Angriffswert, mit Angriff Prozent nichts anfangen können. Deswegen suche ich dann eben nach dem entsprechend. Natürlich bei einem Angriffschampion, wenn ich dem Defensivringe verteile, dann suche ich nach Angriff Prozent. Aber in den seltensten Fällen versuche ich einem Angriffschampion einen defensiven Ring zu geben, weil eigentlich versuche ich ja immer was mit LP oder Angriff zu finden bei Angriffschampions. Und bei einem LP Ring suche ich nach LP Prozent und Def Prozent. Wie gesagt, wenn es auch ein Angriffschampion ist und ich habe jetzt einen LP Ring, kann es auch mal Ausnahmen geben und Angriff Prozent und Defensiv Prozent sein. Wenn ich allerdings gleich zweimal Flat Stat finde auf diesem Ring, das heißt also kein prozentualer Wert, auf einem seltenen Ring kein prozentualer Wert, gleich bei den ersten Zweien weg damit. Bei Episch zwei Werte, die nicht prozentual sind, in den Unterwerten weg damit. Bei Legendären sollte man es auch wegnehmen. Da sollten mindestens drei prozentuale Werte drauf sein. Alles andere kann eigentlich weg. So, dann haben wir Amulette. Es gibt Angriffsamulette, aber auch natürlich Crit Damage Amulette und LP und Defensive. Aber das Wichtigste für uns sind eigentlich immer die Crit Damage Amulette. Wir wollen fast in der Regel ausschließlich Crit Damage Amulette. Am Anfang, in den frühen Phasen des Spiels, nimmt man auch mal Angriffsamulette. Aber der Crit Damage ist für uns eigentlich wichtig. Wenn wir allerdings Angriffsamulette nehmen, dann wollen wir definitiv einen Crit Damage im Substat haben. Auch bei den anderen Amuletten wollen wir meistens einen Crit Damage im Substat haben. Außer wirklich bei reinen Support Champions vielleicht, wo wir sagen, die machen so wenig Schaden, das lohnt sich nicht hier Crit Damage zu verteilen. Da will ich vielleicht lieber LP und Def haben. Aber in der Regel wollen wir eigentlich irgendwas mit Crit Damage haben. Crit Damage Hauptwert, Angriff Unterwert oder Angriff Hauptwert, Crit Damage Unterwert für Angriffschampion. Und Crit Damage ist eben das, was wir wollen. Und einer von den gewünschten Unterwerten ist auch Genauigkeit. Man muss sich aber allerdings bewusst sein, nicht alle Champions benötigen Genauigkeit. Deswegen sollten wir unsere Champions auch kennen. Habe ich jemanden, dem dieses Amulett nützen könnte oder habe ich ihn nicht? Wenn ich ihn nicht habe, dem das Amulett ohne Genauigkeit nützen kann, weil er zum Beispiel keine Debuffs macht, dann weg damit. Habe ich jemanden, dann ausrüsten und leveln und gucken, was halt bei den Unterwerten gerollt wird. Wenn wir schon einen Unterwert Angriff haben, dann ist natürlich auch die Steigerung auf diesen Angriffswert und auf den Crit Damage Wert wünschenswert, weil Angriff geht ja so ein bisschen über den Crit Damage. Das heißt, je mehr Angriff ist natürlich desto besser. Crit Damage kommt dann so ein bisschen hinterher, weil das eine ist ein flacher Wert, das andere ist ein prozentualer Wert. Also bei den Gesamtwerten des Champions meine ich jetzt, nicht unbedingt bei den Artefakten nur ausschließlich. Dann haben wir LP-Halsketten und Defensiv-Halsketten. Der Substat ist meist sehr wichtig. Für LP im Primärwert brauchen wir den Substat Defensive. Für einen Defensiv-Champion als Hauptwert brauchen wir einen Substat LP. Das ist wirklich am besten. Und dann gucken wir vielleicht noch, ob Genauigkeit und Crit Damage dabei ist. Und da müssen wir natürlich davon ausgehen, was ist es für ein Champion. Ist es jemand, der supportet? Ist es jemand, der auch Schaden machen kann? Unser Substat Geschwindigkeit bei Bannern ist eigentlich schon fast ein Muss. Also habe ich Banner ohne Geschwindigkeit, kann ich die in der Regel eigentlich immer verkaufen. Das sei denn, es ist jemand, den ich langsam bauen möchte. Aber in der Regel will ich eigentlich, dass meine Champions so schnell wie möglich sind. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Geschwindigkeit und ich sollte immer ein- bis zweimal, wie oben gesagt, rollen, um zu schauen, ob Geschwindigkeit gesteigert wird. Wird es nicht gesteigert, weg damit. Wenn wir LP-Banner bzw. Widerstands-Banner haben als Primärwert und haben im Substat Angriff-Prozent, dann verkaufen wir die. Weil habe ich einen Angriffs-Champion, der Schaden machen soll, dann will ich eigentlich einen Angriffs-Banner haben und nicht einen LP oder einen Defensiv-Banner unbedingt haben. Bei einem Widerstand ist es auch so, da will ich LP, da will ich Defensive haben, vielleicht auch Genauigkeit. Sobald Angriff-Prozent drauf ist, nützt uns das in der Regel nichts, kann ich also verkaufen. Und hier sieht man ja auch Angriff im Main, das heißt also als Primärwert, mit Flat-LP oder Defensive im Substat verkaufen. Wir wollen Angriff haben, wir wollen Geschwindigkeit haben oder eben prozentuale Werte, LP, Defensive. Und LP als Primärwert mit Flat-Stat-Angriff oder Flat-Stat-Dev sollten wir auch verkaufen. Wenn wir einen defensiven Primärwert haben mit Flat-Stat-Angriff oder Flat-Stat-LP im Substat, sollten wir die verkaufen, wollen wir auch nicht unbedingt haben. Lieber prozentual LP-Prozent und Def-Prozent und vielleicht noch Geschwindigkeit dann dazu. Und ein Genauigkeits-Banner ist halt abhängig vom Champion. Wie viel Genauigkeit habe ich generell schon erreicht durch die Substats, die mir zur Verfügung stehen in meinen Artefakten? Brauche ich das Genauigkeits-Banner überhaupt noch oder habe ich vielleicht so viele Werte schon gesteigert, dass ich lieber ein anderes Banner nehme? Braucht der Champion Genauigkeit überhaupt? Braucht er keine Genauigkeit? Das ist dann wieder eine Frage von dem Skillset des Champions selbst. 3 vs. 3 Arena-Bazaar-Schmuck ist vielleicht auch ganz wichtig, weil wir können ihn nicht farmen. Wir sollten ihn auf jeden Fall erstmal behalten, egal was da jetzt für Werte drauf sind. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich 4 Sterne Sachen meistens verkaufe, wenn ich die bekomme. Sondern wirklich nur 5-6 Sterne aufhebe vom Rang her. Und sie sind je nach Champion natürlich entsprechend sehr nützlich. Ihr habt es bei meinem Helmut-Guide vielleicht schon gesehen. Den hatte ich ja ausgerüstet mit so einem Erneuern-Amulett oder Ring aus dem Bazaar. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine ganz gute Chance bekommen, dass er seine Skills dann einfach nochmal einsetzen kann. Dann ist zum Beispiel auch ganz cool bei Leuten, die jetzt einen CC-Skill haben, also Crowd Control heißt das. Die Kontrolle der Wellen, zum Beispiel wie Lähmung, provozieren, dass man das einfach ziemlich oft hintereinander einsetzen kann. Aber auch natürlich in der Arena ziemlich cool, wenn der Champion einmal provoziert und gleich im nächsten Turn nochmal provoziert. Dann kann das gegnerische Team sich dann auch nicht mehr bewegen. Von daher ist das auf jeden Fall eines der besten Sets, die man im 3 vs. 3 Arena-Bazaar ab der Silberstufe kaufen kann. Und sollte deswegen unbedingt aufgehoben werden. Egal, was da jetzt für Werte drauf sind. Es geht einfach wirklich um diesen Set-Bonus. Dieser Set-Bonus ist so gut, dass wir die Werte tatsächlich so ein bisschen damit vernachlässigen können. Und das war es dann auch schon wieder von mir mit diesem Schmuckstück verkaufen oder nicht verkaufen-Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das vielleicht anders macht. Weil, wie gesagt, Artefakte einfach nur aufzuheben, um sie zu haben. Für den Fall, dass wir mal einen Champion so ausrüsten wollen, ist zwar immer sehr schön, aber lohnt sich im Endeffekt nicht. Wir können das Ganze in Millionen von Silber umwandeln und können dafür andere Artefakte von Champions leveln oder was anderes mit dem Silber gegebenenfalls noch anfangen. Von daher lieber das Silber haben, als zu viele Artefakte aufgehoben. Auch wenn wir jetzt hier 1000 Artefakte haben können, wenn die voll sind, irgendwas müssen wir verkaufen. Und dann müssen wir natürlich auch wissen, was hortet ihr denn auch so viele Artefakte, wie ich das manchmal mache? Oder habt ihr relativ wenig und hebt wirklich nur die besten auf? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen ist um ein Träumchen. Abonnieren und wenn ihr schon abonniert habt, die Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, meine lieben Freunde. Bis dahin. Tschüssi, Kosti. Tschüssi, Kosti, 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 Kosti. Oh, 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 oh.